Der Meister ist zurück. Toby Hooper, der Regisseur der Klassiker, das Texas-Kettensägen-Massaker. Und Poltergeist nimmt sie mit auf eine neue Reise ins Reich des Horrors. Die Wände haben Ohr. Toolbox-Mörders. Und wenn sich der Werkzeugkasten öffnet... Ich fühl mich nicht wohl hier. ...beginnt... Es geht um das, was hier schon im Hause ist. ...der Terror. Auf jeder Etage fehlt das gleiche Apartment. Weil jemand durch den Hammer... ...durch Nägel... ...oder den Bohrer sterben wird. ...und niemand weiß, wer der Nächste ist. Toolbox-Mörders. Wenn Sie hier wohnen würden... ...wären Sie längst tot. ...und niemand weiß, wer der Nächste ist. 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 ...und niemand weiß, wer der Nächste ist.